Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil heißt es aufgeben jetzt, weil es zu schwer ist oder weil es zu scheiße ist? Letzteres hatte ich ziemlich oft in meinem Leben und was mich, wo ich mich daran erinnere, ist auf jeden Fall Mass Effect 3. Das tut besonders weh, weil ich liebe Mass Effect und ich habe Mass Effect 3 aufgehört zu spielen, weil 2 so saugeil war und 1 supergeil und 3 dann irgendwie sich so ein bisschen gezogen hat und mir nicht mehr so viel gegeben hat und deswegen habe ich dann Mass Effect 3 tatsächlich nicht durchgespielt. Ich schäme mich aus der. Ja, das einzige Spiel, ähm, nicht das einzige Spiel, aber zumindest ein Spiel, wo ich damals wirklich aufgeben musste, wo ich es hammergeil fand, war Metroid Prime. Ähm, das war eigentlich ein hammergeiles Spiel und ich habe es richtig abgefeuert und mit einem Kumpel zusammengespielt und dann kamen wir zum letzten Boss, zum Metroid Prime und dieser Kampf war uns einfach zu schwer. Man musste erstmal hinlaufen von dem Checkpoint aus und das Ding hat dir einfach alles entgegengeballert und dann hast du es besiegt und dann kam noch eine zweite Form, die war noch krasser, dann musstest du, die konntest du nicht mal sehen, dann musstest du mit einem anderen Visier, dann irgendwie X-Ray und dann hast du nichts gesehen. Das Spiel, das ich aufgegeben habe, war Battletoads in Battle Maniacs. Das Spiel ist die absolute Hölle. Ich war sehr jung und hatte sehr viel Ausdauer, aber ich habe es einfach nicht über dieses dumme Speeder-Bike-Level geschafft, in dem man irgendwelchen dummen Steinhindernissen ausweichen musste und durch so ein komisches Schlangen-Innen-Ding rumgefahren ist. Ehe, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das beschaffen konnte und ich habe es auch einfach nicht geschafft, irgendwann in die Seite geschmissen und gekotzt. Es gibt einige Spiele, bei denen ich vor Wut aufgegeben habe, aber besonders schlimm ist mir Erinnerung Driver 3. Reflections und ihre Scheiß-Spiele mit Kackzeitlimits, mit beschissener Kollisionsabfrage, wo einfach alle Schlechtigkeit von Gamedesign zusammenkommt. Stuntman war die absolute Qual. Driver 3 hätte ich am liebsten in die Ecke gepfeffert. So eine hingekackte Scheiße. Da war irgendeine Verfolgungsmission mit dem Timer und Abstand. Dann so scheiß Zufall und kackträge Steuerung und Verkehr, der da in die... Bäh! Wenn es nicht... Ah! So eine Scheiße wird es heute hoffentlich nicht mehr geben. Ja, also es gibt echt nicht viele Spiele, bei denen ich aufgeben musste, aber Outlast ist leider eins davon. Ich dachte nicht, dass ich so ein Schisser bin, aber es war mir einfach zu krass. Also, die Kamerabatterie ging ständig aus und dann war es dunkel und dann waren da diese Psychopathen. Laufen die jetzt auf mich los oder bleiben sie sitzen und wippen hin und her? Hab ich nicht ausgehalten. Das war mir zu krass. Musste ich leider ausmachen. Aufgegeben habe ich bei Monkey Island irgendwann. Und zwar am Anfang gibt es ja diese drei Prüfungen, wo man sich bei den drei Piraten irgendwie beweisen muss. Und das eine ist die Schatzsuche und ich hab verdammt noch mal nicht gerafft, dass diese Karte mit den Tanzschritten vor, zurück und so weiter wirklich auch ein Hinweis darauf ist, wie man durch diesen Dreckswald laufen muss. Naja, auf jeden Fall bin ich da ewig lange drin rumgeirrt, hab es dann irgendwann random geschafft. Und dann finde ich raus, dass die gleiche Scheiße am Ende nochmal kommt. Und zwar am Affenkopf da, wenn man zum LeChuck will und man sich erst noch von den Kannibalen den Kopf des Navigators holen will. Das würde ich vorher klar machen. Ich bin ein großer Fan von Dark Souls Reihe, aber ich habe bei Dark Souls 1 aufgegeben damals, weil ich hatte die PC-Version. Ich habe es auf Maus und Tastatur gespielt, ohne Patches, ohne Fixes. Und das heißt, Frame-Einbrüche bis zum Gehtnichtmehr. Und ich habe wirklich nur die ersten drei oder vier Bosse damals gemacht. Und irgendwann habe ich einmal aus Versehen den Mann am Feuer aus Versehen geschlagen, weil ich nicht wusste, welche Tastatur benutzt wurde. Und danach wurde ich einfach permanent gekillt. Und da habe ich einfach aufgegeben. Das war einfach zu viel. Einfache Frage, weil gerade aktuell erlebt in Agony, da gab es ja einen Beitrag, wo ich auch wirklich die Stelle gezeigt habe, wo ich aufgehört habe, weil es für mich gameplaytechnisch nicht mehr zu ertragen war. Eine dunkle Höhle aus Eiswänden, von denen ich ein paar durchbrechen konnte und ein paar nicht. Ich habe einen Dämon gespielt, ich habe schon auf dem Weg gesehen. Ich muss den Beitrag ja nicht wieder rezitieren. Das war einfach die Stelle, wo ich gemerkt habe, so, fuck, ich kann das ums Verreckt nicht spielen, selbst wenn mir jemand Geld bieten würde, Es geht nicht. Körper hat da Abwehrreaktionen gezogen. Aufgeben musste ich damals Final Fantasy VII und das liegt nicht daran, dass es zu schwer wäre oder sonst was, aber wir hatten leider nur No-Name-Memory-Cards zu Hause und die haben sich in unregelmäßigen Abständen defragmentiert, formatiert, wie auch immer. Jedenfalls habe ich Final Fantasy VII ungefähr viermal bis zum Goldsauce gespielt und immer so um diese Marke rum hat sich die Memory-Card verabschiedet. Und ich muss wieder von vorne anfangen. Und beim vierten Mal wurde es mir dann echt zu viel. Deswegen warte ich auch aufs Remake. So dringend.